Applaus Ja, vielen Dank. Nun kommen wir zum zweiten Teil unseres heutigen Liederabends, oder eher Arjen abends, und zwar geht es weiter mit Mozart, und zwar Arjen und Duette. Hier geht es eher um Treue, nun geht es um Umtreue, wie immer bei Mozart und Arjen. Ach doch, genau. So, und da gibt es ja die berühmten Opern, wie Cosifan Tutte, Figarus Hochzeit, von denen wir Ihnen Lieder vortragen möchten, und um Sie zuerst in die Materie der Untreue einführen zu können, gibt es die berühmte Registerarie vom Leporello, und zwar, das ist aus der Oper Don Giovanni. Don Giovanni, der verführt die ganzen Frauen und sie, leiden zu Tode, und da ist diese eine Szene, wo die Donna Elvira, Sie haben, glaube ich, sich einmal kennengelernt, am selben Tag geheiratet, und schmucks, ist er weg, den Dina Leporello kennenlernt, und er liest dir eine Liste vor, wie viele Geliebte er schon hatte, und ich glaube, der war 25, Don Giovanni, und er macht eine Aufzählung, und dann heißt es, das heißt, in Spanien sind es schon 1.003, und Gustavo Estillo Castrada singt uns Madame Mina. Musik Klaus Musik 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 Musik